So, es ist der erste Tag einmal außerhalb vom Hotel. Ich war jetzt von elf bis um halb drei circa in der Personalabteilung und habe einige Sachen unterschreiben müssen. Ich kann morgen schon zum Arbeiten anfangen, das ist das Gute. Ich kann schon viel Geld verdienen. Und jetzt schaue ich mir die Stadt an, wo sich noch Zeit hat, wo man schon arbeiten muss. Ich habe jetzt einmal angefangen. Da ist die Straße runter. Da vorne rechts ist mein Hotel. Und da dahinter ist der Hafen. Ich würde versuchen jetzt, dass ich mein Handy kaufe. Mein Auto schaut schlecht aus angeblich. Wenn man so viel Versicherung bezahlen muss für das Auto, wenn man in der Stadt will, kann ich im Hotel jetzt ein paar Tage wohnen. Muss noch vorübergehend bei irgendwelchen anderen Arbeitskollegen einziehen. Wie gesagt, ich habe noch keine Ahnung, aber schauen wir mal in der Stadt an. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, antes. Dann sind wir noch mal in der Stadt an.